Und mit glücklich und sonst dergleichen wird jetzt unser erster Bürgermeister dort oben starten. Wollen wir mal sehen, wie viel hier die Strecke abfahren wir. Werner ist da mit dem Pfarrer Werner und? Ohoho, ja, Werner. Let's go. Die Schafnahrt geht noch unten. Er sitzt noch nicht richtig. Sicherheit. Check wird noch gemacht. So, alles aufgespannt. Auf unseren Bürgermeister. Werner am Renngefährten, Werner Eichthalp. Er ist oben auf der Kackrampel. Das Link nicht leuchtet schon. Röchig ist die Kleidung an. Röchig ist die Kleidung an. Fußschlag liegt erst bei 120 ungefähr bei Ihnen. So lange nicht mehr so einen hohen Fußschlag darf. Aber wir müssen auch am Rennhof verbringen. Röchig ist auch immer wieder im Stadtrat. Achtung, die Schafnahrt geht noch oben. Der Stab der Holz. Jawohl, der Werner ist auf der Rumpel runter. Ohhhh! Oh, 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 oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Leichter Staden! Der liebte, der sich nicht verhaftet, die echte Lichtiger in Sande. Schaut aber auch auf der Tür und gerne noch einen anderen... Schaut aber mal einen Aufstiegs-Lettbäck! Wirst du für das nächste Jahr einen neuen Konstrukteur? Einen neuen Akten-Lieferant! Einen neuen Akten-Lieferant!